... speichert werden, um bei Engpässen zur Verfügung zu stehen. Genau das geht mit der Power-to-Gas-Anlage. Dort wird überschüssiger Strom in Gas verwandelt, das sich speichern lässt. Bei Bedarf kann aus diesem Gas dann auch wieder Strom erzeugt werden. Aus Stuttgart Sven Klass und Anton Jani. Noch ist Power-to-Gas im Versuchsstadium ein millionenteures Forschungsprojekt, das dazu beitragen soll, dass die Energiewende gelingt. Das Prinzip klingt simpel. Wir setzen grünen Strom ein aus Sonne- und Windenergie und wir erzeugen damit ein regeneratives Methan. Diese Anlage macht es möglich. Aus Wasser und überschüssigem Strom wird zuerst Wasserstoff produziert. Vermischt man den mit Kohlendioxid-CO2, entsteht Methan, das dann einfach ins vorhandene Erdgasnetz eingespeist werden kann. Ein gigantischer Energiespeicher. Denn von da kann das Gas direkt genutzt werden, zum Beispiel für Haushalt, Heizung oder zum Betanken von Gasautos. Eine weitere Option, in Kraftwerken entsteht aus Gas wieder Strom. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energien, hält solche neuen Speichermöglichkeiten für noch wichtiger als den Ausbau des Leitungsnetzes. Der Leitungszubau ist ja dann interessant, wenn ich sehr viel Windstrom haben möchte, den ich in Norddeutschland erzeuge, zum Beispiel auch von Offshore-Windkraftanlagen. Ich kann mir aber ein anderes Energiesystem vorstellen, was dezentraler ist, also was viele Solaranlagen, Windkraftanlagen vor Ort haben. Und dann muss ich keine großen Leitungen mehr bauen, ich muss nur lokal für den Ausgleich sorgen. Und da spielen dann Speicher eine viel größere Rolle. Eine flächendeckende, gewinnbringende Nutzung von Power-to-Gas ist allerdings noch Zukunftsmusik. Noch sind die Kosten und auch die Energieverluste zu hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017